Gut, kommen wir jetzt zu gemischten Aufgaben. 1 mal 1, 10 mal 5 gleich 50, 0 mal 2 gleich 0, 10 mal 6 gleich 60, 4 mal 1 gleich 4, 6 mal 1 gleich 6, 10 mal 2 gleich 20, 10 mal 3 gleich 30, 4 mal 7 gleich 28, 4 mal 9 gleich 36, 10 mal 5 gleich 50, 8 mal 4 gleich 32, 5 mal 7 gleich 35, 6 mal 4 gleich 24, 9 mal 1 gleich 9, 5 mal 1 gleich 5, 4 mal 1 gleich 4, 2 mal 9 gleich 18, 6 mal 4 gleich 24, 2 mal 1 gleich 2, 9 mal 10 gleich 90, 9 mal 6 gleich 54, 0 mal 4 gleich 0, 4 mal 6 gleich 24, 7 mal 4 gleich 28, 5 mal 5 gleich 25, 5 mal 5 gleich 25, 1 mal 5 gleich 5, 5 mal 3 gleich 15, 10 mal 5 gleich 50, 5 mal 0 gleich 0, 6 mal 8 gleich 48, 8 mal 2 gleich 16, 4 mal 0 gleich 0, 8 mal 3 gleich 24, 9 mal 8 gleich 72, 9 mal 8 gleich 72, 9 mal 8 gleich 72, 6 mal 10 gleich 60, 6 mal 0 gleich 0, 3 mal 1 gleich 3 8 mal 5 gleich 40 3 mal 0 gleich 0 0 mal 6 gleich 0 4 mal 1 gleich 4 2 mal 7 gleich 14 3 mal 0 gleich 0 10 mal 1 gleich 10 8 mal 6 gleich 48 2 mal 4 gleich 8 1 mal 8 gleich 8 4 mal 10 gleich 40 1 mal 2 gleich 2 8 mal 7 gleich 56 3 mal 3 gleich 9 7 mal 1 gleich 7 3 mal 10 gleich 30 2 mal 2 gleich 4 9 mal 6 gleich 54 8 mal 3 gleich 24 2 mal 1 gleich 2 2 mal 1 gleich 2 6 mal 4 gleich 24 10 mal 8 gleich 80 8 mal 9 gleich 72 8 mal 8 gleich 64 4 mal 2 gleich 8 1 mal 4 gleich 4 8 mal 2 gleich 16 4 mal 10 gleich 40 3 mal 8 gleich 24 7 mal 7 gleich 49 7 mal 7 gleich 49 5 mal 0 gleich 0 5 mal 6 gleich 30 7 mal 8 gleich 50 7 mal 8 gleich 56 8 mal 6 gleich 48 5 mal 10 gleich 50 3 mal 1 gleich 50 3 mal 1 gleich 3 6 mal 3 gleich 18 7 mal 5 gleich 35 3 mal 4 gleich 50 3 mal 4 gleich 12 3 mal 4 gleich 12 2 mal 1 gleich 2 10 mal 3 gleich 30 1 mal 1 gleich 1 5 mal 0 gleich 0 1 mal 10 gleich 10 6 mal 0 gleich 0 6 mal 0 gleich 0 4 mal 9 gleich 36 1 mal 2 gleich 2 4 mal 0 gleich 0 3 mal 3 gleich 9 3 mal 2 gleich 6 9 mal 2 gleich 18 7 mal 1 gleich 7 4 mal 10 gleich 40 4 mal 7 gleich 28 8 mal 10 gleich 80 5 mal 1 gleich 5 0 mal 6 gleich 0 2 mal 4 gleich 8 6 mal 10 gleich 60 8 mal 10 gleich 80 7 mal 2 gleich 14 9 mal 10 gleich 90 0 mal 10 gleich 0 3 mal 5 gleich 15 10 mal 3 gleich 30 7 mal 0 gleich 0 4 mal 0 gleich 0 10 mal 9 gleich 90 2 mal 1 gleich 2 1 mal 1 gleich 1 gut lassen wir es dabei das waren 5 Minuten hochkonzentrierte Aufgaben gut ich hoffe ihr habt es alle richtig bis zum nächsten